Ok, ok, das war ja ganz schön eine heikle Situation. Ich sehe nie, was ich bekomme. Das hatte ich vor ein paar Monaten auch, dieses Problem. Warte mal, ich war kurz in der Küche. Heißt das jeder, der dafür gesorgt hat, dass der Tag weiterläuft, wird von der Bratpfanne verprügelt? Oh, na dann, let's go, freiwillige Vorher. Same, Mirko, richtig wack. Ach, hast du das Problem auch? Ich hatte das Tatsache vor ein paar Monaten, jetzt geht sie da bei mir. Also jetzt wird es mir wieder angezeigt, aber ich hatte diese Scheiße auch, dass ich nie gesehen habe, was ich gekriegt habe. Oder überhaupt. Ich möchte mir lieber nicht ausmachen, was ohne euer Einschreiten passiert wäre. Und dennoch weiß ich leider nicht, wie ich euch im Gegenzug helfen kann. Du hast nicht zufälligerweise Isabel gesehen? Isabel, Isabel, also wenn ich es mir recht überlege, kommt mir der Name irgendwie bekannt vor. Ick? Warte, ich weiß es, der Raketenritter. Sie ist der Raketenritter. Ok, ok, ak, wirklich? Oh, diese Person sucht ihr? Mir wird es auch nicht mehr angezeigt. Oh, wow. Hast du sie gesehen? Das war leider vor meiner Zeit, noch bevor ich geboren wurde. Aber ich habe ihren Namen in den alten Drehbüchern gesehen. Dass Bella sich an solche Details erinnert, und da sieht man mal wieder, wie unerhört talentiert sie ist. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Ick, das war in meiner Jugend, als ich ein aufstrebendes Talent war. Sie rammte unseren Zug mit ihrer Rakete. Also ganz ähnlich wie ihr mit euren kleinen Lokomotive. Aber warum sucht ihr sie denn? Ick? Aber, aber nein, das ist unmöglich. Sie hat Neudarm erst vor ein paar Tagen verlassen. Ich fürchte, dass du dich täuscht. In diesem Nebel vergeht die Zeit anders. Man könnte sagen, dass sie unberechenbar ist. Hier drin könnte eine Stunde so kurz wie eine Minute in der Außenwelt sein. Oder so lang wie ein Jahr. Dann, also wo ist dies aber jetzt? Ok, ok. Wenn ich mich recht erinnere, blieb sie nicht lange. Kurz nach ihrer Ankunft reißt du sie schon wieder ab. Ick. Hallo Skyblader. Mir geht's sehr warm. Und das Spiel ist heute sehr wild. Mit den Texten hier. Ich weiß es auch nicht. Voll das Affenzirkus hier. Hat sie ihre Rakete hier zurückgelassen? Hoho, in der Tat. Fragt sich nur wo. Ok, ok, ok. Ich muss Affen imitieren, das ist ganz toll. Warum nicht den jungen Herren fragen? Ich erinnere mich, dass er sich damals sehr für das Mädchen interessiert hat. Er guckt mit den anderen Menschen Fernsehen. Er schadet sicher nicht, ihn zu fragen. Ick. Ok, ok, ok. Ok. Also gehen wir zu dem jungen Herren. Oder so. Mir ist auch sehr warm. Ja, ich glaube, das fühlen die meisten von uns gerade. Ich habe keine Notification bekommen. Aber den habe ich auch. Oh, wie süß. Ist das ein... Oh, der hat so einen Baseballschläger. Der ist ja cute. Damit komme ich euch besuchen. Und den. Ach, ok. Die ganze sieht komisch aus. Versuche ich gerade seit 10 Minuten, meinen Sub zu verlängern, beziehungsweise zu erneuern. Das funkt es aber nicht. I hate it. Twitch ist echt kaputt im Moment. Also war es schon immer, aber es wird immer schlimmer gefühlt. Oh Mann. Zu den Fernsehern geht es da. Lange erinnerst du dich? Vielleicht mal kurz F5 drücken oder so? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles... I don't know. Zu den Fernsehern geht es da. Lange erinnerst du dich? Ja, ist ja gut. Ich muss dringend mir neues Essen und so holen. Habe ich jetzt alles im Kampf verballert? Wie witzig. Echt krass. Was für eine tolle Sendung. Warte mal. Ist ja das dann ganz alt? Salomon. Aus dem Weg zu Zauseliger Fratz. Du versperrst mir die Sicht. Oh, ihr seid's. Wollt ihr euch wohl auch vor der Glotze entspannen? Wer hätte gedacht, wie unterhaltsam das sein kann. Wo ist Isabels Rakete? Wie bitte? Ihr braucht eine Tapete? Da kann ich euch nicht helfen. Die Heimwerker-Sendung habe ich leider verpasst. Was hast du nur getan? Die Laus hat doch gleich ihren großen Auftritt. Was starst du, Grubi, mich so an? Du suchst wohl Streit. Bei dir läuft es immer auf Handgreiflichkeiten hinaus, oder? Isabels Rakete. Wo steckt sie? Hast du etwa Isabelle gesagt? Diese Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich glaube, ich hatte die Rakete mit einer Fernsteuerung versehen. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wo die Fernbedienung steckt. Aha. Ja, siehst du, meinem Zug. Jetzt erinnere ich mich. John, lass uns gleich nachsehen. Wartet mal. Wärt ihr so nett, den Fernseher wieder einzuschalten? Dann mal los. Oh boy. Knastbrieftasche. Ja. Die Knastbrief... Was? Briefasch-Sache. So, mal kurz speichern. Wie B-Bubbles. bananenmilch was damit wird jeder film erst richtig schön naja natürlich warum war ich im geben habe gerade voll kreislauf aber gute besserung ne gemüse ei pfanne ja das klingt nicht mal unlecker das stimmt so ein platz haben wir noch das kreislauf das kreislauf da seid ihr ja leute jetzt brauchen wir uns wegen dem blöden nebel keine sorgen mehr zu machen wenn das mal nicht ein schatz ist der da funkelt was ist dieser schalte was dieser schalter wohl macht okay ja die fernbedienung diese blöde fernbedienung funktioniert nicht ihr glaubt doch nicht dass er gelogen hat lassen wir sehen warum hilft denn die beim boss weiß weiß ich nicht sie hat keinen saft mehr das habe ich gleich erledigt versuche es nochmal quizzeit hallo und einen schönen abend meine reizenden kleinen maden willkommen bei salomons wundervollen spiel des wissens bei dem nie jemand stirbt maden das ist aber nicht nett was will man auch von diesen rübel erwarten zuletzt gab es einen deutlichen rückgang der zuschauerzahlen deshalb darf ich für diese episode einen ganz besonderen preis ankündigen was könnte dieser besondere preis wohl sein vielleicht lord salomons sagenhafter schatz oder eine lampe die deine größten wünsche erfüllt oder vielleicht sogar eine du entkommst der ernte karte piep falsch alles falsch diese langweilige alte dieses langweilige alte zeug wäre doch nichts wert als besonderer preis bezeichnet zu werden ganz schön geschwätzig für einen bösewicht ich hatte mir viel furchterregender vorgestellt nein der besondere preis ist nichts geringeres als die einzigartige rakete die einst isabel gehörte richtig gehört meinen zückenden maden ich spreche von der isabel rakete habt ihr es gehört er hat rakete gesagt ich kann regelrecht spüren wie es euch schon in den fingern juckt legen wir es also legen wir also los mit der 560 episode von salomons wundervollem spiel des wissens und oh es dauert zu lange den ganzen rest zu sagen erste frage was ist der größte hafen im osten der auch als schimmernde perle der küste bezeichnet wird ist es a die weißweil bucht oder b der hafen von futura weißweil bucht das ist doch einer der alten namen was meinst du denn hier ich kenne die weißweil bucht von unserem ersten begegnung mit zähl ja das ging ja schnell sollen wir auch a wählen nein warte ich werde das gefühl nicht los dass es eine fangfrage sein könnte vielleicht war da früher mal ein hafen aber heute besteht die region aus bewaldeten bergen nein ich glaube dass der hafen von futura die richtige antwort ist dann werden wir b nicht immer seid ihr mal für die antwort bereit sie lautet weißweil bucht und jeder der falsch geantwortet hat ist ein dummer dödel eine derart leichte frage hätte sogar die affen richtig beantwortet was glaubt der was glaubt dass er einen besonderen preis bei der art leichten fragen abstauben kann ist ebenfalls ein dummer dödel aber weiter im programm zweite frage die straße nach futura ist in einem merkwürdigen nebel gehüllt was wird von uns was wird von diesem nebel was wird uns von diesem nebel geraubt richtung oder zeit die ist echt schwer was willst du denn hier vielleicht richtung ich konnte kaum durch diese nebel sehen als sich im eisen stutzen fuhr dann will ich wohl auch richtung sind alle bereit für die antwort sie lautet zeit es war doch sicher niemand so dumm richtung zu werden also gut die aufwärmphase ist vorbei wollen wir etwas gas geben dritte frage was ist für uns ernte das ultimative ziel die menschheit zu zerstören oder b eine neue fortschrittlichere menschheit zu erschaffen das ist ja gar nicht mehr lustig selben hat schon geantwortet warum fühlt sich das auf einmal so todes ernst an jedenfalls sollten wir b wählen oder nein die ernte bringt nichts als zerstörung aber natürlich ich habe nur spaß gemacht und die antwort natürlich um eine neue ja das war klein durch das ist falsch er schafft überhaupt nicht sondern zerstört nur ich kann mir vorstellen dass einige dummköpfe im kuppeln kommen die falsche antwort gewählt haben aber was soll man auch erwarten tiere wie ihr könnt nur davon träumen die komplexeren gedankengänge von uns höheren wesen nachzuvollziehen jedenfalls nähern wir uns dem höhepunkt der show b beinhaltet doch oder er es ist zeit für die letzte frage eine frage für die ewigkeit die ultimative frage des universums wenn die welt in den tiefsten in der tiefsten dunkelheit versinkt wer wird denn das licht sein dass den rechten weg weist ist es art lords solomon oder b lott die lott salomon oder b lott salomon schreit eure antwort in der welt hinaus diese frage möchte ich gar nicht erst beantworten ich fürchte dass wir keine noval haben wenn wir die rakete kriegen wollen baby behinderter lord salomon du bist du deine sache ganz sicher auf meinetwegen also gut sollen sehen wir uns den resten kleine antworten an jedenfalls hast du die ultimative frage des universums richtig beantwortet deshalb gebe ich dir trotzdem den preis komplett im arsch und das ist genau das was wir gesehen haben bei dem vergangenheits zug von den zukunftszug der uns verfolgt hat der hatte nämlich auch dieses teil da oben drauf die rakete das ist sie ich das ist isabelts rakete und diesmal ist das sogar eine echte rakete fertig glücklicher zufall jetzt sollten wir reichlich schubkraft haben wirklich die die geschwindigkeit des eisen stutzens und die explosive kraft einer rakete das könnte klappen der einzige das einzige problem ist der treibstoff haben wir genug für beide um das herauszufinden müssen wir es ausprobieren denn hier ja so ich überlasse den rest die erste da sind sie was ist denn hier los alle haben sich versammelt im mitternachtszug gen osten hey was hast du gesagt den namen unseres nächsten blockbuster produktion darlin genau wir haben beschlossen eure heldentaten in einem film zu verewigen besucher aus der nebelwelt welche die ketten der zeit sprengen und die welt vor der zerstörung bewahren ihr macht ja sachen es ist doch genauso wie du gesagt hast eine katastrophe brach brach über unsere stadt herein und nun reist ihr nach futura um eure freunde zu retten oder eine aufgabe die ihr sicher mit leichtigkeit meistern werdet darlings ja das gelingt uns bestimmt viel glücklich mit angehaltenem atem erwarte ich die kunde von eurem glorreichen sieg und wir warten mit der filmpremiere bis zu eurer rückkehr da bin ich ja gespannt so perfekt und die bremsen sind auch einsatzbereit kompetent wie immer mein mechanischer mitarbeiter das war leichter als ich erwartet hatte aber was für eine komische rakete das triebwerk ist simpel aber es gibt eigentlich drei notsysteme merkwürdig wer immer es gebaut hat hat sich wohl sehr um das wohlergehen des piloten gesorgt auf jeden fall dann hätten wir die startfreigabe wie man so sagt funktioniert die rakete überhaupt ich spüre keinen unterschied die rakete verbraucht erstaunlich viel treibstoff deshalb sollten wir sie uns für den entscheidenden moment aufheben tadellose arbeit denn hier nun wo ist denn unser aufdringlicher verfolger der nebel oh jetzt geht's los bio 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 unser alter freund startet uns anscheinend wieder ein besucher auf geht's denn jetzt wird's ernst verstanden erhöhe geschwindigkeit leistung 50 prozent 70 90 volle kraft voraus war die musik ist so geil er holt auf aktiviere raketen schubsystem er kommt immer noch näher schneller wir müssen schneller werden das kühlsystem kann ich mir mithalten der antrieb wird darauf gehen verflickst wenn ich nur meine alte münze noch hätte die die hitze sie stabilisiert sich was ist passiert ist doch egal sorg einfach dafür dass dieses ding so schnell wie möglich fährt und dann waren wir wohl erfolgreich bei diesem tempo dürfen wir bei den futura sein wie definierst du kälte ist es eine niedrige temperatur oder das fehlen jeglicher temperatur futura ist kalt so kalt dass selbst die zeit gefroren ist am ende der welt verhalten hoffnung und beharrlichkeit ungehört verheilen hoffnung und beharrlichkeit der weg zurück ist mit schnee bedeckt und am horizont lackert ein kerzenlicht was ist das könnte es isabelle sein könnte alva dort sein beeil dich john wir müssen dieses licht einholen beeil dich 1 da Mei, danke für den Raid. Dankeschön. Was habt ihr Schönes gemacht? Arigato, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Was gab es feines für euch? Vollauto. Das klingt super. Wie macht ihr denn Fallout Spaß? Oh, mein Schienbein juckt. Werf deinen Blick nach draußen, meine Freunde. Es sieht so aus, als wäre niemand hier. Ja, ich habe schon das Hauptgame durch und bin im letzten DLC. Uff, nicht schlecht. Vollauto. Das klingt wie so ein Autospiel. Sehr geil. Es ist so weiß. Was ist das? Das ist Schnee, kleine Dame. Endlich sind wir da. Futura. Oha. Alter, das Spiel ist so gut, ne? Was ist ein geiles Pixel-Art-Spiel. East Watch. Oh nein, es wird wieder weiß. Ah. Behalte deine Gedanken für dich, Liz. Ich habe doch gar nichts gesagt. Und nebenbei verschwinden Wände. Mei wird durch die Gegend teleportiert und tote Gorillas hängen in den Decken rum. Was? Hallo, Steph. Ich hatte ja auch gerade in dem Spiel sehr viele Affen, also. Das ist auch sehr wild. Hoffentlich geht das noch vier Stunden. Ja, das spießt komplette Eskalation, was Glitches und Bugs angeht. Ja. Das können die sehr, sehr, sehr gut. Ähm, warst du ein guter Mensch? Ein schlechter Mensch? Spielt alles keine Rolle. Denn du liegst in der Erde. Was? Was? Ob dein Name fortbesteht oder vergessen wird, ist nur einerlei. Lebe wohl, Professor Salomon. Mögest du nur eins werden mit der Vergangenheit. Professor Salomon? Und der ist... Was? Ich verstehe gar nichts mehr. John, was ist das für ein Ort? Sind wir nicht gerade erst in Futura angekommen? Was ist passiert? Wo sind Danny und William? Wo ist der Eisenstutzen? Warte, ich habe eine Idee. Wir sollten versuchen, den Salomon zu rufen. Keine Antwort. Hoffentlich ist der Salomon nicht auch noch verschwunden. Hallo, kannst du mich hören? Herr Salomon! Hey, was soll das Ruf und Schreien? Und das bei einer Beerdigung? Ihr Menschen, man sollte denken, dass ihr wenigstens in solchen Momenten Würde zeigen würdet. Nicht mal eine Blume. Das nennt man, äh, Sakrileg. Wirklich. So, seid ihr Menschen einfach nicht wahr? Du hast gesagt, dass das eine Beerdigung ist. Wessen Beerdigung ist das? Ähm, zum Beispiel konnte ich auf ein Haus teleportieren, nachdem ich einfach mit einer Handfeuerwaffe auf ein Spielzeugpferd gezielt habe. Was? Ich hoffe, das wurde alles geklippt. Hm... Zorax? Ganz dünnes Eis hier. Das weißt du echt nicht? Was habt ihr denn hier zu suchen? Weiß ich nicht. Solche Sachen müsste man eigentlich klippen. So was ist mega witzig. Zwei habe ich gemacht, May. Oh, das ist sehr gut. Ähm, das wissen wir leider auch nicht. Menschen, ha, immer mit ihren Versprechen und Schwüren, aber die sind alle nichts wert. Jetzt hört gut zu, ihr Knochenhaufen. Hier ruht niemand anderes als mein großer und mächtiger Meister. Er war ein berühmter Erfinder, größter Denker. Ich kann nicht so schnell lesen, Mann. Verstanden? Es gibt keine größere Wissenschaftler in der ganzen Welt. Der einzig wahre Salomon. Nicht schon wieder Salomon. Schon wieder? Ha, sollte jemals eine Seele den Namen meines Meisters tragen. Nun, dann sollte diese Person verdammt dankbar sein. Du hast vorhin von Furtura gesprochen. Ist das hier Furtura? Hier, das ist die Zeitinsel. Sie liegt am Ende der Welt. Alle großen Köpfe von Furtura sind hier begraben. Ich weiß, dass du bestimmt schrecklich traurig bist, aber wir müssen dringend nach Furtura. Hört, hört. Nicht ein Wort des Beileids. Immer nur fordern und verlangen. Gut, weißt du was, ist mir egal. Südlich von hier kommt ihr zu einem Dock. Das Boot dort bringt euch nach Furtura. Vielen Dank, dürfte ich fragen, wie du heißt? Ha, endlich ein Ansatz von Manieren. Ich heiße Floyd, ewiger Diener des großen Salomon. Ich danke dir, Floyd. Okay, er hat welche gemacht. Perfekt, danke, Steffmann. Sehr gut. Sowas muss festgehalten werden. So, Spiel gespeichert. Also sind wir jetzt schon wieder irgendwo anders, aber nicht auf der Insel, wo wir hinwollten. Oder in dem Land oder was auch immer. Das Spiel streckt sich gerade. Schauen, mein Junge. Bewegt euch den Hintern hier rüber, ihr zwei. Wir setzen die Segel. Aber was ist mit Floyd? Wer seid ihr? Er hat gesagt, dass er noch ein wenig auf der Insel bleiben möchte. Wieso kennen die unseren Namen? Hey, wir sind doch auf Furtura einfach nicht. Nee, das ist die Zeitinsel. Wir müssen mit dem Boot fahren und dann kommen wir nach Furtura. Der arme Kerl. Der Verlust von Professor Salomon hat ihn schwer zugesetzt. Matrosen achtet nicht auf diese alte Blechbüchse. Wir müssen den Anker lichten. Vor allem du, John, mein Junge. Wenn wir festen Boden unter den Füßen haben, wartet eine Menge Arbeit auf euch. Wieso wissen die, wie wir heißen? Ha, 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 ha. Hey, Entschuldigung bitte, aber... Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Frank, meine Liebe. Hast du deinen Piratenkodex schon vergessen? Wertvolle Fracht. Unbesehen. Überbracht. Ha, ha, ha. Kommt, Leute. Stürzen uns an die Wellen. Hä? Hä? Wir sind Piraten? Was? Und macht die Tür fest zu, sonst bläst der Wind euch noch weg. Ha, ha, ha. Der Nebel ist heute verdammt dicht. Sei vorsichtig, Käpt'n. X, ah, äh. Ach du Scheiße. Warum bin ich hier schon wieder gelandet? Der nächste Affenzirkus. Siebtes Kapitel. Jahrhundertwende. Ah je, ich sag ja, das zieht sich jetzt noch. Kommt mit, ihr zwei. Wir lassen unsere Kunden doch nicht warten, oder? Welche Kunden? Ha, ha, ha. Seapark, alter Freund. Ich hab dir ein paar Arbeitskräfte mitgebracht. Die Kleine hier ist Sam und der Kerl mit dem Feuerbart ist... John. Genau, kleiner Frechdachs, mein Junge. John. Das sind zwei hart anpackende, aufgeweckte Arbeiter, wie man sie nicht alle Tage sieht. Hä? Ihr zwei hört auf, was Seapark sagt. Verstanden? Er ist hier der Experte. Aber wir müssen Isabel finden. Gut, Seapark, mein Junge. Der ignoriert uns einfach die ganze Zeit. Überfordert die Anfänger bitte nicht. Ich will sie nicht verschrecken. Ha, ha, ha. Hm, nur weil ihr den Käpt'n kennt, heißt es nicht, dass ich euch nicht ordentlich rannehme. Die Arbeit erledigt sich schließlich nicht von selbst. Gut, ich hab drei Briefe, die ausgetragen werden müssen. Der erste ist an Lena im Futura Hotel adressiert. Der zweite geht an Agu. Er ist Ingenieur. Um diese Zeit ist er wahrscheinlich drüben im Mama Jazz. Der letzte ist ein wenig komplizierter. Der geht an Guy drüben in der Werkstatt. Rote Rakete. Rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Nein, 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 nein. Es gibt die rote Rakete hier. Das darf nicht wahr sein. Man verliert Bussi noch mehr Briefe. Ich möchte, dass er die Briefe persönlich überbringt. Direkt an die Empfänger. South Park, ja. Wir machen die ganze Zeit Witze, weil es hier die ganze Zeit um Raketen geht. Und jetzt kommt das hier wirklich mit der roten Rakete. Futura Logistik erhalten. Hä? Alles können er. Okay. Ab jetzt seid ihr offiziell Mitglieder der Buckelpiraten. Ich buckel doch schon die ganze Zeit. Lass mich in Ruhe. Wer hat volle Fracht und... Eek? Ja. Hä? Warum tun die alle so, als ob die uns kennen und was? Muss mal auf die Karte gucken. Okay. Okay. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt hier so abgeht. Oh, wir haben vier neue Münzen. Komm, erste Preis, erste Preis, erste Preis. Unheilsbringer, der Denker und Lenker des Dämonenkönigs. Oh. Ich habe schon direkt den ersten Preis. Oh. Ach, jetzt kam das. Rio, danke schön für deinen Sub. Es wird jetzt gerade... Es dauert wieder, bis es im Chat angezeigt wird. Aber warum... Twitch, ey. Wirklich. Vielen, viel Dank, Rio. Das ist sehr lieb von dir. Das wird wahrscheinlich gleich angezeigt werden. War bei mir gestern auch, als Heike Recept gemachte. Ja, das ist echt nervig. Das passiert voll oft in letzter Zeit. Ich schneide es auch nicht. Es ist Twitch. Das liegt an Twitch einfach. Das ist leider schon sehr oft hier passiert auch. Das kommt dann echt sehr verzögert in den Chat. Das ist nicht immer so, aber ab und zu passiert das. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber müsste gleich kommen. Aber vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb. Die Mumie. Geil. Böser Magier. Dann schauen wir uns mal um, weil ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt im Schneegebiet. Hier darf man nicht rein. Future Hotel. Hier muss ich auch was abgeben. Oh, hallo. Unser Zuhause ist euer Zuhause. Hier in Futura Hotel. Aber ich fürchte nur, dass wir gerade keine Zimmer frei haben. Entschuldigung, bitte. Bist du zähl für ehrlich, Lena? Ganz genau. Haha. Ich bin Lena. Was kann ich für euch tun? Wir haben eine Lieferung für dich. Lieferung? Oh, das muss das neue Album sein, das ich bestellt habe. Dreamcatcher. Oh, das ist ja nur eine Neujahrskarte von meiner Mutter. Trotzdem vielen Dank fürs Bringen. Oh, wow. Nicht mal einen Dreamcatcher können. Ihr da. Ja, ich rede mit euch. Ich verrate euch ein Geheimnis. Meine Schwester und ich, wir besitzen Kräfte. Wir können geradewegs in eure Zukunft blicken. Die sehen so aus, als ob die gerade ganz woanders hingucken. Was ist? Wollt ihr hören, was sich euch erwartet? Die Zukunft ruft. Hört nicht auf die zwei. Das sind nur Schwindler. Alle, beide. Oh, 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 oh. Oh, ich sehe, ich sehe was. Ihr beide seid ein Turm, einen großen Turm hochgestiegen. An der Spitze befand sich ein Altar des Bösen. Aha, wunderbar. Tolle Vorstellung, Emma. Unterbrich sie nicht. Lena. Wie sollen wir denn Geld für das Zimmer heute anverdienen, wenn wir nicht arbeiten? Tut mir leid. Ich kann leider nicht ernst bleiben, wenn sie das macht. What the fuck? Kurz AFK, alles klar. S3 plus W macht übrigens den Browser zu. Habe ich gerade aus Versehen herausgefunden. Oh. Nice. Oh je. Brownie. Wow. Wow. Warte. Und das mache ich jetzt in Diskurs, weil Brownie, Brownie. Sowas von. So. Alla Brownie. Geil. Gut. Hm. Kommt ihr beide vom Captain? Was habt ihr noch? Ein Buch für mich? Ich habe gar nichts mit dich. Gar nichts. Frau Brownie. Oha. Oha. So, so, Brownie. Hast du wunderschönes weißes Haar, wie der Schnee vor dem Fenster? Tragt ihr heute den Captain Posthaus? Für den Captain Posthaus? Ihr beliefert uns sogar an einen so kalten Wintertag. Ihr beide seid wirklich sehr fleißig. Die kennen uns alle. Warum? Da wissen wir über etwas nicht. Wenn jetzt die Kinder von Brownie kommen, dann ist aber... Nikita. Guten Tag. Ihr bringt die heutige Post, oder? Wir suchen Isabel. Isabel? Hm. Ich kenne hier ziemlich viele Leute. Als Tänzerin ist das ganz normal. Aber ehrlich gesagt, habe ich noch nie von einer Isabel gehört. Wirklich? Verzweifelt nicht. Wenn eure Freundin noch hier in Futura ist, werdet ihr sie bestimmt finden. Hat da jemand Geheimnisse? Hm. Wieso kann ich auf die ganzen Klos gehen? Oh oh. Ich heiße Läschen, das ist mein Bruder Rand. Unser Dorf wurde von mir erstmal zerstört. Das war ungefähr vor einem Monat. Alle sagen, dass Futura der sicherste Ort ist. Aber ich kann mich überhaupt nicht entspannen. Ich werde dich beschützen, Schwesterherz. Strahl der Gerechtigkeit. Ihr beide wollt also zum Professor nebenan, oder? Seine Launen sind manchmal übel. Aber tief im Inneren ist er ein guter Mensch. Ich habe den Geist gesehen. Er ist in seinem Zimmer verschwunden. Sag sowas nicht. Tut mir leid. Er erzählt gerne Geschichten von Geistern und Feen. Ich denke mir das nicht aus. Ich kann tote Menschen sehen. Echt? Ein Geist mit einem Schwert auf dem Rücken. Wie in den Geschichten. Isabel? Ein Ritter. Das war bestimmt ein Ritter. Ich schätze mal, falls du musst. Ja, gut. Das ergibt Sinn. Ich will hier raus. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Okay, also Zimmer 302 wird nochmal wichtig, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.